Pattaya. Muss Sehenswürdigkeiten sehen. Abitib, reisen wie ein einheimischer. Kauai Nationalpark. Dies ist einer der schönsten Parks in Thailand. Es steht an erster Stelle in der Größe. Kaukeo Zoo. Der Kaukeo Zoo ist berühmt für die fast völlige Abwesenheit von Zellen und Tiergehegen. Sriracha Tiger Zoo. Hier können Sie spektakuläre Shows, wie Shows von Krokodilen, Tigern, Elefanten und sogar Schweine sehen. Heiligtum der Wahrheit Tempel. Sankt Dori of True Temple ist eine einzigartige Komposition. Es besteht aus einem wunderschönen Park und einem Tempel, der ohne Nägel aus Holz gebaut wurde. Wasserparks, Amayana und Cartoon. Dies ist ein Wasserpark auf höchstem Niveau, der zu einer echten Unterhaltung für Kinder und Erwachsene werden wird. Nong Nutsch. Hier ist eine große Sammlung von Palmen, ein Orchideenpark und eine Vielzahl von seltenen Blumen und Pflanzen. Kuchang. Die Natur der Insel ist einzigartig. Die reinsten Strände, Korallen, Regenwälder, Wasserfälle und schnelle Flüsse. Kulan, Koralleninsel. Ein kleines Stück Paradies, das Ihnen hilft, sich von der Hektik zu erholen. Koh Samet. Hier findet jeder eine Pause für sich, Quart fahren, Angeln, Tauchen und Schnorcheln. Fluss Quai. Hier können Sie die Schönheit der Natur und Tierwelt, den Reichtum der Kultur und Geschichte der Thailänder genießen. Abitib. Einfache Buchung Aktivitäten und Unterkunft. Abonniere unseren Kanal für Updates. Um die Preise zu erfahren oder diese Touren zu buchen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Folge uns.